Jetzt kommt natürlich die ganze Zeit das Große. Ich will aber was andere mit diesem Fenster haben. Nein, nein, nein. Es fehlt ein Bild da. Es ist denn zu viel verlangt, das richtige Bild zu haben. Wo sind denn die anderen Bilder jetzt? Ach da, so. Nein, das ist das Gleiche. Oh, da war das doch. Nein. Oh Gott, das ist doch nicht wahr. Jetzt hatten wir gerade das Bild. Und dann bin ich so doof und klick da nochmal weg. Da haben wir es. Schön. Gehen wir jetzt mit der Zweierhöhe hin. Genau das. Mal ein bisschen dekorieren hier, ne? Muss ja auch mal sein. Ne, hier sieht das irgendwie doof aus mit den Bildern. Das passt ja hier nirgendwo hin. So. Ja, schön. Die Hütte ist jetzt auch so bewohnbar. Jetzt haben wir schon echt viel hier in diesem Dörfli gemacht, ne? So, nochmal kurz ein Schluckchen trinken. Ich müsste mir eigentlich mal ein Tee machen. Das soll ja so, ähm, den Redefluss steigern. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit einfach nur ununterbrochen irgendeine Scheiße labere, sondern, ähm, dass ich länger reden kann. Wisst ihr, wie ich meine? Muss ich mal gucken. Da ist der Mond. Der geht unter. Über unseren... Ne, so. Zwischen den beiden, äh, Dingens unserer Stadtmauer. Zu wohlklingender Musik und jetzt ist er auch schon weg. Jetzt also ganz so. Da ist er wieder! Mond, 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 Mond. Okay, ich glaube, ich lasse das lieber. Ähm, aus. Pferd, Erd, Erd, Pferd, Pferd, Pferd. Kennt ihr die Blumento-Pferde? Also, ich muss... Das ist... Ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß... Kann man die Pferde auch benennen? Kann ich dir einen Namen geben? Vor allem, was ist das hier? Wie kann ich dem... Vor allem, wie kann ich dem eine Kiste geben? Ähm, so. Lässt mich mal runter. Wie kann ich dem eine Kiste geben? Man konnte ja den Pferden irgendwie eine... Ne. Kiste geben. Oder? War das nur... Oder kann er das nur bei den... Eseln? Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Mikro... Ähm... Ähm... Mal eben... Ohren flattern lassen. Weil die Kopfhörer, die sind ja... Die knicken so ein bisschen immer die Ohren weg. Segen nach... Ich bin ja jetzt nicht erst seit... Fünf Minuten voller Aufnahme vom PC... Sondern schon seit Stunden vorher und... Irgendwann fangen an die Ohren an zu flattern. Wir könnten ja mal eben gucken. Und zwar... Wir haben hier das... Eins... Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Holz. Okay. Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Holz. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Kein Holz. Okay. So, dann... Das ist das hier. Dann ist das... Hier. Ist das... Hier. So. Holz haben wir ja dabei. Ja, war auch echt super. So. So. Hier rein und hier rein. Dann auf der anderen Seite auch die Löcher eben füllen. Und zwar einmal hier. Einmal hier. Und einmal hier. So. Wollen wir mal sehen. Wir haben jetzt hier die Hütte. Allmählich füllt sich unser Städtchen hier auch, ne? Wir haben jetzt die Hütte. Wir haben die Hütte. Die Hütte wird groß. Also tief. Tief. Ja. Ich würde sagen, aber wir machen hier mal eben... So. Hier so, so, so. Mal eben noch ein Stück weiter. Was mache ich denn hier? Warum mache ich das hier auch weg? Ähm. Ich bin mehr als voll. Das ist ja auch doof. Und zwar, weil... Ich werde hier jetzt gleich auch gucken. Jetzt kann ich hier mal ein Stück höher gehen. Man kann hier auch mal die Höhe wechseln. So. Nehmen wir uns mal die Steine zur Hand. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Können wir die Erde mitnehmen, die wir unbedingt auch so dringend brauchen. Wir haben ja auch noch nicht ansatzweise genug. So. So, so, so. Hüpf, die, hüpf, die, hüpf. Kies. Cleanstone. Die Sticks drüber weg. Den Cleanstone. Damit machen wir sowas hier. Ähm. Machen wir sowas hier so mal eben. Und dann geht's wieder weiter, 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 weiter. So. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie wir das machen müssen. Deswegen, ich guck gleich mal eben hier drüben. Achso, okay. Heißt, wir machen so, einfach, so, einfach. Dann nehmen wir uns mal eben das zur Hand. Und das hier hin. So. So. So und so. Und dann muss hier nochmal eben was Erde, Erde hin. so, 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 so. Dann wieder hier so, 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 so. So und so. Und dann gehen wir auf die Höhe hier, ne? So. Und zack, zack. Und hier und hier. Dann machen wir hier mal die Kante ein wenig schöner. So. Jo. Dann machen wir das hier mal eben ein Stück weit weg. Ne, ich muss sagen, unser Dörfin, unser Dörfin fahren. Das wird ja eher eine richtig große Stadt. Äh, ne, groß ist relativ. Nehmt ja richtig Form an. So. Dann gehen wir noch einen höher, würde ich sagen. So. Oder nein, wir machen das so. Also wir gehen erst so hier höher. Und machen hier den weiter. Weil dann haben wir hier eine Absweigung. Die dann hier so ein Stück weit weiter geht. So. So, so und so. So. Ja, so und hier geht's weiter. Hier geht's heiter. Immer. Ach. Weiter. So, hier noch. So zack, zack, zack. Und dann kommt's. Zack, zack. Und hier nochmal eine Treppe hin. Hier eine Treppe hin. Und dann nehmen wir die Höhe. Nicht die. Sondern die hier. Bullen hier mal eben alles weg. Und dann fangen wir mal mit ein paar kleineren Dorfbewohnerhäuser an. So. So, 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 so. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Ruckelt ja gerade auch. Ich, ich finde das auch immer so lustig. Wenn ich viel am abbauen bin, dann ruckelt das wie Sau gerade. So wie jetzt gerade. Bin ich auf 10 FPS runter. Aber ich bin ja permanent. Warte, ich warte mal eben. Wenn ich hier auf smooth gehe. So. Mal eben rücken, strecken, meine Freunde. Müssen wir eben auch was loswerden an Gedönsel. Hier war auch voll, ne? Ne, da ist noch ein bisschen Platz. Däh, 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 däh. So. Also ich glaube hier nach, nach dieser Aktion mit dem ganzen Terraforming haben wir glaube ich mehr als genug Erde. Vor allem, wir haben jetzt schon zwei komplett volle Kisten. Und jetzt da noch auch noch bestimmt, wenn wir die sortieren. Ich glaube ich sortiere die Kisten mal ein bisschen. Und bestimmt auch schon wieder eine Kiste voll mit Erde. So. Eben alles weg. Ja, es ruckelt schon wieder. Also ich weiß es nicht.